Wir werden dann... Was soll er mit dem hier auf diesen... Ja... Ich hab da auch nicht überlegt, so... Ja, eigentlich, ich hab den Controller, den er jetzt hat, mit dem Mario-Kontroller rum. Ja. Aber, das Problem ist, dass ich den Mario-Kontroller, so von der Shell ja und so, schon hätte. Also, das sind halt unser Grund, dass wir hier einfach nichts machen. Wenn ich die Shell ja habe. Ja. Ich hab da nicht unbedingt komplett zu machen, das ist von ihm. Aber mit eigener Shell. Ah, okay. Was heißt, was heißt so ein eigener Shell? Von der Shell? Ja, ne, ich hab so ein Kontakt von dem... ... 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 Genau so, wie die nach Verkaufsgeber. Ja. Ja, ich bin aber auch ein Verscheule, ich weiß jetzt nicht, was... ... 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 Ich bin auf das Spider-Man. Ich bin schon mal auf dem Fall. Ich bin schon mal auf dem Fall. Ja, ja, ich bin schon mal auf dem Fall. Es kam nichts. Es kam nichts, wie gesagt, Merchstopp, meine Freunde. Ficka-Camp. Ficka-Camp ist einfach ein Merchstopp. Ficka-Camp. Merchstopp. War das Spiel, der sich tut gerne? War das Spiel, der sich tut. Ja, die Leute. Lass du kurz hin. Ja, alle. Wenn man nur Friese sagt, ja, das letzte, äh, ich nehm, schütze, hab ich mich nicht mehr hält. Ja. Ficka-Camp. Ficka-Camp. Was filmt der denn? Na, der Co-Spielte halt in diesem Revue. Okay. War das irgendwie? Ja, wie war es? Aber der Co-Spiel ist... Der Co-Spiel hat mir gerade nicht zu. Ja, das war gleich der Nase. Ich hab halt ein bisschen besser, äh, das dass wir sogarburg haben, aber ich hab halt auch begleit, die Scheiße machen wir so ganz wichtig. Nein, 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 nein. Da war's. Ja, Mann. Hat der Co-Spielte? Ja, schon. Zumindest hat er mich zuerst gemeldet. Ich hab halt so ein bisschen besser, äh, Gut. Wir lassen dann plötzlich keine Mengs, was man dann mal wechselt oder dünn? Auf jeden Fall, ähm... Das war nicht meinst du, dass ich auf jeden Fall zum Spiel weg. Aber ja, ich hab's nicht vergessen. Ich finde... Es fühlt sich halt wirklich wie noch ein Spiel an. Ach so, filme. So Entscheidungen bleiben alle so schnell. Das wird also bei meinem Kopf. Das war richtig stark. Ja. Ich hab dann den EI Mixer irgendwann versucht und so. Aber er meinte, er ist ja eigentlich. Okay. Ich hab halt übrigens probiert, mein Edge Game zu verbessern, das EI mit Pharma in das Recover. Aber jede Recovery kommt ja lesen. Ist der wirklich, ist dann einfach runter. Einfach verredetiert, ähm... Lord Jumped to Downyard. Hat mich jedes Mal mit ihm. Egal, wie es kam. Er wurfst du dann nicht ab. Das ist schon interessant. So nach den ganzen 5 Stunden, wirst du trotzdem immer noch, was er machen muss. Ja. 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 Ich hab auf jeden Fall gemerkt, ich muss halt die gewöhnliche Verwendung und so und äh... und äh... und äh... und äh... Warum? Wir müssen voll gestorben! Ich hab ein bisschen weitergeleitet, kann nicht rechnen. Ja, ja. So, Falconer kann ich halt einfach nur viel komisch machen. Aber warum? Das ist gut, ich hab's vielleicht doch schon gut, oder? Es ist immer so schnell ein Kind zu tun. Der ist ja nicht so gut, oder? Ja, aber... Es ist eher noch nicht einfach, oder? Ja. Ah, aber trotzdem. Ich glaube, ich gehe gerade ein Kind zu kühlen, wenn wir ihn ausprobieren. Und wir stehen halt dran. Die meisten Zweifel ist auch so richtig voll, was ich aber auch anbordere, ich kann sagen, dass er nicht die ganze Zeit gibt. Ich hab's ja noch dran 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 dran. Ja, aber hier, sind die significa parallel. Na was dieuggle! Muss her. Ja! Took her! Ja! Ja! Dann danach danach nicht hatte ich Mum. Also, wie viele Leute können behaupten, sie haben einen Bar-Bus gewonnen, aber wie viele Leute können behaupten, sie haben einen Bar-Bus gewonnen. Hätte er gewonnen. Ich trage mich auf den Alkohol. Ich habe den Fall nützt, dass er rausgenüchtert und mich auf die Presse bekommen. Das war schon witzig. Aber danach ging es ja wieder weiter. Das war so witzig. Hast du das nochmal gefreut? Ich finde, ich bin auf der Ballena. Ich hatte dieses Mal schon mal so schön. Ich habe noch was oder was. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Ich habe noch nicht mehr gefreutert. Was finde ich denn? Was finde ich denn? Das finde ich. Flore kann ich denn. Ich bin super. Ich hab mich wie der so als Person drauf ist. Ja. Pass auf die Eis. Was ist denn? Wann ich mich 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 denn? Ich hab mich denn. Wann ich mich denn? Wann ich mich denn? Wann ich mich denn? Ich hab mich denn? Ich hab immer wieder gespielt. Alter, ich hab immer wieder gespielt. Stop Battle for you! Alter! Alter, Adike hat der Subim zugepostet. Hast du's gesehen? Ja. Alter, der Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay, ich bin hier. Ich bin hier vor euch. Fugging euch. Okay. Jetzt muss er wirklich so ein richtig kassler Meter-Change kommen, wenn wir hier Das ist ein Down-Poster, ein Down-Poster Das macht aber 50% Warum macht Mario erst mal 50%? Marius Down-Poster macht doch auch 80% Ja, aber dann muss er noch viel weiter drücken, das ist ja komplett andere Welt Da musst du ja überhaupt nicht aufstehen Ich hab echt keinen C damit nur das geschaffen als hier gerade so viel Ich hab das nicht aufstehen Oh man, ich hab das nicht aufstehen Man kann aber auch nicht mehr die Hälfte Wird das nicht aufstehen? Nein Okay Der Klingel ist voll. Der Klingel ist 0. Der Klingel ist 0. Das hat sich jetzt. Das kommt noch? Der Klingel ist da unten. 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 Also jetzt down oder uptick? Downtick.